Mike-Check. Anderer Vorschlag. S-Bahn-Assamblea. Das wärmer. S-Bahn-Assamblea. Das wärmer. Wir müssen schon noch für dich stellen. Genau. Das ist schon zu viel. Es darf nicht sein. Wir müssen uns viel auf einmal senden. Warte mal, der hat gesagt, wir sind zu wenig. Mike-Check! Ich hab eine kleine Info. Es gibt heute deutschlandweit in 22 Städten Aktionen von Occupy. Und ich hoffe, dass wir in Berlin die Asamblea nicht an dieser Stelle unterbrochen werden, weil wir mal wieder ein Rausproblem haben. Mike-Check! Ich höre gerade, der Vertreter der Polizei möchte mit uns sprechen. Jetzt hat er Raum dafür. Hier bitte. So, jetzt. Normal bitte. Mike-Check! Mike-Check! Warum? Warum? Redet ihr auf uns ein? Redet ihr auf uns ein? Schreibt mit uns zu reden! Ich drehe durch! 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 Korni! 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 Tüo! Konui! 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 Kommt zur Piess! Ich würde gern wissen, was der Herr mit dem grünen Megafon uns sagen möchte. Ich kann ihn nur ganz schlecht verstehen mit dem Megafon. Ich höre Ihnen zu. Er dir aber nicht. Hallo. 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 Kommunikation ist so. Jetzt oder nicht. Hallo.